Eine Frage und kann dann zwei Fremden zugucken, wie sie über die Frage diskutieren. Es ist so lustig. Echt jetzt? Ja, ich hab so eine geile Matheaufgabe gestellt. Irgendwie 1 plus 1 plus 1 mal 0. Okay. Da kommt 2 raus, weißt du? Weil du berechnest ja erst 1 mal 0 sind 0 und dann 1 plus 1 sind 2. So. Ja. Und alle sagen immer 0, weißt du? Weil die sofort sehen, ja, mal 0 ist 0. Ja. Und es ist so lustig, weil entweder sagen beide 0 und dann denke ich mir einfach nur, ja, äh, hallo, äh, Idioten. Hm. Oder es wird noch viel geiler und einer sagt 0 und der andere hat rechnet, hat 2 und versucht, ihn zu erklären. Weil es ist immer meistens so, dass der, der Unrecht hat, meistens voll aggressiv ist. Haha. Voll geil. Das ist richtig witzig. Hallo? Hallo, ich bin der Tod. Oh mein Gott. Wäää. Oh ja, messern mich, du Nigger. Du, hab ich halt Nigger gesagt? Nein, hab ich nicht. Ich sagte, ich sagte, ich hab gesagt, Figger, nicht. Das war ein... Ah, Mann! Ich dachte... Was? Er hat mich... Warum messert der Typ? Ah, Mann. Was ist dein Problem? Ich weiß es auch nicht. Okay, den krieg ich nicht mehr. Ah, aber er mich! Oh, verdammte Kacke! Was ist denn da? Nein! Oh, ey. Okay, ich... Oh Gott, der legt aber ganz schön voraus gerade. Okay, die Scoupling ist echt meine Hasswaffe, ist mir gerade so aufgefallen. Oh, ja, genau! Ey, was... Was ist los? Zerberstet mich, Alter. Wie abgefuckt. Uuah, brrrr! Hä, hallo? Ach, da unten. Oh, ja. Er kriegt... Geht doch, ey! Ich bin richtig schlecht, Alter, aber ohne Witz. Ja, ich auch. Boah, ich dreh gleich durch. Warte. Oh, nein, 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 du kriegst mich nicht, du kriegst mich nicht. Sondern... Wo bist du? DICH! Oh, fuck. Oh, ey! So, und jetzt zurück zu dir. Jetzt habe ich eine bessere Waffe. Haha. What the fuck? What the fuck? Ja, genau, kommt von beiden Seiten an! Ja! I got him! Ah! I'm such an unbelievable beast! Oh, fuck, sieht der mich? Nein, der sieht mich nicht. Hahaha. Oh! Puh, okay. Five-seven, das wird jetzt so homo. Oh, ich sag ja, es wird homo. Der hält schon auf der letzten Waffe, Alter. Ich hab nicht... Ich bin bei der Striker, aber mir... Ah! Oh, fuck! Ey, bei der Pistole hängt... Das ging ich so oft, ne? Scheiße! Und ich wurde einmal zurückgesetzt, das fand ich nicht nett. Genau. mal Gas, okay! Ähm... Ja. Not bad. Not bad, not bad, not bad. Not bad, not bad, not bad, not bad. Und wenn ich sehe, fand ich das mit 98 Waffen cooler. Hm, ja. Ääh, warte mal... OO äh wo ist der Penner jetzt? Warte mal wir sehen uns gleich, nimm ich ihn nicht mit auf Ha? Ha ha? Das schon gesagt vielleicht? Oh Joge Joge Hey hey Puro hey Vielleicht sollten wir noch mehr Leute einladen Vielleicht Der kleine Verkehrsteil. Was haben wir denn noch? Ice-Tea-Forever, Nemo... Nemoji. Ähm... Wo ist denn, warte mal, ist der Junge da? Ach ja, da, wirklich, aber er spielt grad nicht. Erasor. Hat der gerade SS als Clan-Tech? Ja. Ich seh's grad nicht, bei mir ist grad das Xbox-Low. What the fuck? SS-Ding. Ey, guck dir's mal an, Alter. Ey, was, wie abgefuckt kann man sein? Soll ich den rauswerfen? Wie willst du das machen? Obwohl, geht ja gar nicht mehr. Nicht wirklich. Alter, wir kennen das gegen Nazis, Junge. Eingriffst du deine Ast-Zombies. Two Sky, Alter. Ey, wie hieß das? Iron Sky oder so, dieser geile Film? Ja, ja, ja. Ich hab mir vor ein paar Tagen, oder gestern war's glaub ich, gestern... Ja, gestern hab ich mir die Tribute von Panem angeguckt. Ist der geil? Der ist ziemlich cool gemacht eigentlich. Echt? Den wollte ich mir auch angucken. Der ist gar nicht schlecht gemacht. Ja, ich auch. Finde die Trailer schon voll geil. Ich weiß zwar, ich hab kein Stück, äh, weiß kein Stück, worum es da geht, aber... Ähm, da geht's irgendwie darum... Es, äh, ist halt... Das Land wurde in... Äh, 13 Distrikte... Ach, wir spielen einen im Lauf, oder? Okay. Äh, in 13 Distrikte aufgeteilt und in ein Hauptdistrikt, sag ich mal. Der Hauptdistrikt ist halt reich, und alle anderen, äh... Ja, die sterben den Hungertod, sozusagen. Die sind halt arme Würstchen. So, und irgendwann gab's da mal einen Aufstand, woraufhin, ähm, der... Der konnte aber zurückgewiesen... Zurückgewiesen werden, der Aufstand, und damit das noch nicht normal passiert, hat man diese Hungerspiele erfunden, indem... Oh, what the fuck? Nein! Äh, in dem... Äh, glaub ich immer, jeweils zwei Leute, äh, aus jedem Distrikt gegeneinander kämpfen müssen, bis auf den Tod. Halt, einfach nur als Einschüchterung. Äh, ich bin schon ein Zuschauer. Okay. Ich hab ihn nicht gesehen. Ich glaub's, ja, ich bin auch, ja... Erzählen und spielen ist nicht so gut. Ja, und, äh, eine von den Hauptpersonen ist halt, äh, so ne... Ähm, Kämpferin dann halt. Und ja, die müssen halt sich oft bis auf den Tod bekämpfen. Geiler Scheiß. Aber der Film ist ab 12, also erwarte jetzt keine, irgendwie, miesen Goy-Effekte oder so. Ja, okay. Ja, ich bin Spectator. Tschüss. Ah ja, genau, du kannst auf Leute wetten, das ist voll geil. Äh... Ach ja, genau. Auf wen wette ich denn? Wer ist ein erster gerade? Ey, man kann auf Leute wetten? Ja. Ich glaub ich nehm mal diesen... Pro... 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 Price Freeze. Ey, wie kann man auf wen wetten? Äh... Kick dich mal durch bei den Leuten, dann steht da unten X wählen. Und wenn du auf einen gewählt hast, oder wenn du einen gewählt hast, und der macht dann einen Kill, dann bekommst du Punkte. Ne 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 ne... Ne 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 ne... Ach, warte kurz, ich muss... Ah, okay, da. Oh fuck. Mach einen Kill, mach einen Kill. Nein! Nein! Du hast zwei aufgerühren und verkackst? Ja! Cool. Freeze. Heißt der Freeze oder Freezy? Keine Ahnung. Oh man, Freezy. Oh, ich krieg... Oh. Mach's tot. Mach Papa stolz! Ey Junge, du ist tot! Kleiner Hurensohn. Ich hasse dich. Hä? Ich hab auf einen gewettet und ja... Ach so. Mach Papa stolz! Ey, man kann ja auch voll wieder wetten. Ne, du kannst ja auch nur auf einen gleichzeitig wetten. Ey, warum... Ja, aber... Einer ist grad gestorben, also eliminiert, und jetzt wette ich auf den nächsten. What the fuck? Oh, Trickshot Hurensohn, ey. Muss das sein? Trickshot'n die? Äh, die Trickshot'n die... Loser! Loser! Ja, jetzt los, guck die Trickshot'n. Hahaha. Hahaha. Geil. In the face. Ich glaub, ich schreib hier ne Nachricht, warte mal. Äh, Spielerkarte. Oh, jetzt kriegst du ne saftige Hinternachricht. Nunu. Äh, Nachricht senden. Oh, der kommt doch aus Deutschland, Alter! Wie geil! Ah. Krasser. Haha. Twig. Twig. Twigshot. Punkt. Bist. Du. Bei... FaZe? Oh, fuck. Das Emo ist klein, so. Ähm. Ich hoffe mal, er kennt FaZe, dann wird das richtig witzig. Was spielen wir eigentlich grade? Also, ich kenn's nicht, aber ich kann mir vorstellen, was das ist. Äh, Twigshot-Clan. Ja, hab' ich auch keine Frage. Bäh. Puh. Boah, Skunkie-Starter. Jaja, geil, bäh. Snipe jetzt, ich snipe jetzt. Ey! Oh, Schlampe. Will jetzt so kinsinn. Nachui. Ich dachte, in der... Oh, fick dich ins Knie. Fick dich! Fick dich! Fick dich! Wie oft darf man sterben? Äh, ich glaub dreimal. Ich glaub dreimal. Ich glaub dreimal. Oh, du Penner. Boom, Volltreffer. Höhöhöh. Schlampe. Fick dich, Wahl! Ja! Ja, geil, Zuschauer. Ja, nein! Oh, ja, ich auch. Das sind die Schlampen. Okay, also, ich bin noch erster. Wo ist denn der zu... Die zu official 1? Wo ist der? Wo ist der? Da ist er. Äh, ne, auf den will ich nicht wetten. Ich wette auf, äh, auf dich natürlich. Selbstverständlich. Ähm, verkackst du jetzt nicht, Alter. Ich hab auf dich gewettet. AAAAAH! 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 Warum wette... Warum wette ich eigentlich nicht auf dich? Ich hab keine Ahnung. Alter! Lebst du überhaupt noch? Ich hab auf dich gewettet. Lebst du noch? Ich ja. Wo bist du denn? Da bist du ja. Mach jetzt keinen Scheiß. Aber wettest du auch auf mich? Voll ich kann. Ja, ich kann's überhaupt nicht. Du alte Gilf. Ich wette, dass keiner es sich hält, weil ich nicht auf dich gewettet hab. UUUUUUUUUUUUUUUU! Guck ihn dir an, Junge, guck ihn dir an! Und bam, direkt in die Klöten! Ah, so geil. So geil. Geil, aber geil. Leider geil. Was kriegt man drauf, wenn man auf ihn wettet? Punkte, jedes Mal, wenn du ihn abschießt. Ich glaube 400, oder? Ich glaube 300. Ja. Irgendwie einfach mal mehr, als wenn du selber einen Kill machen würdest. Oh, 18 Waffen, bitte, bitte, bitte. Ja, ich auch, ich will auch unbedingt. Ich will auch unbedingt. Ich schwöre nur. Aber die sollten echt die Maps absperren, das kann ich nicht oft genug sagen. Ist auch so. Wie bei Black Ops. Hast du schon mal Black Ops gespielt? Schade. Nö. Schade. Aber was meinst du mit Absperren? Naja, bei Black Ops haben sie die Karten immer abgesperrt, dass sie kleiner waren. Ach so, ja, okay, ich weiß mein's. Dann waren halt so alles auf einen Haufen und so... BAM BAM BAM! GRANATA! SEPTEX! SUCKER! Oh, er hat mir ne Nachricht geschrieben. Gehst du auch bei einem im Vlog, ne? Ja, warte. War nur... Er schreibt, war nur 1810 Grad. Äh, Grad. Also er hat Grad mit Karl geschrieben. Ich liebe es, wenn Menschen Sarkasmus nicht verstehen. Chungius! NÄÄÄÄ! Okay, was talkten wir gerade? Ach ja, Gun Game, ne? Ja. Oh fuck, da habe ich schon die ersten Schüsse gehört. Ja, ich habe ihn gesehen. Ich habe Dominik sterben sehen. Ich muss vom Monster mal so überzupfen. Ist mir so egal, Alter. Hör auf, vom Monster zu erwähnen, Alter. Was bist du für ein Markentyp, dass du immer die Marke erwähnen musst, Alter. Vom Monster geil ist. Ja, er ist Markenjunge, Alter. Ah, scheiße. Wollte mich Messer an, dein Markenjunge. Ja, der Markenjunge. Was willst du? Ey, warum habe ich noch nicht einen Gegner gesehen? Tja, was das Problem ist, Red Bull verleiht Flügel. Monster nicht. Trinkst du nicht mal Red Bull, du trinkst mal den Billigzeug. Ja, ich weiß. Warum sollte ich mir Red Bull, wo irgendwie 0,3 Liter oder so eine scheiße 2 Euro kosten, kaufen? Sind das nicht 0,2? Ich weiß es nicht. Jedenfalls ist ein T400, was fast genauso schmeckt, vielleicht ein bisschen schlechter, das sind 1,5 Liter für 1,69. Ist doch auch so. Ey, ich habe jetzt erst die ACR, Alter. Ich habe gerade die UMP und verkacke damit ein bisschen. Ich komme mit der UMP mit Wotpunkt-Visie überhaupt nicht klar. Ich bin so an das normale Visier gewöhnt. PP90. Hallo? Ah, da. Und da. PP90. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ah, verdammte Kacke. Ja. Nein. Ja. Ah, du Pisser. Ich dachte, ich wäre dem Tote von der Schippe gesprungen. Und er so, nein. Oh fuck, komm, du her. Leroy Jenkins? Leroy! Fuck. Deine Huren. Deine Huren. Ah, Schlampe. 100.000. Was? Alter, haben Sie die Striker schon wieder genervt, oder was? Wie schlecht ist die Striker mittlerweile geworden, ey? Ah, der ist ein Camper, Alter. Ja, ist bei immer so, irgendwie. Hatten wir vorhin auch, da saß ich jetzt in der Ecke. Ja, der auch, der schlick. Wie eine kleine Schwuchtel. Ich fäng jetzt hier mal an MGMG rum. Und... Alter, was... Was ist denn das für ein schwuler Scheißdreck, Alter? Die Striker ist nochmal die größte Schwuchtelwaffe auf der Welt. Komm, der jetzt her! Ey, die Striker war auch overpowered, ganz ehrlich. Ja, mittlerweile ist der größte Abfuck, Alter. Da könnte ich mehr Schaden errichten, wenn ich irgendeinen Typ mit meinem Penis schlage. Dock Slap! Richtig mehr Schaden bei einem. Ah, lass mich in Ruhe, Protze. Endlich, Alter. Was? Ich... Ähm, ich bin erst bei der UMP, Alter. Gum Gum Kanone! Hallo? Wo sind die Schlampen? Oh, ich bin so scheiße langsam mit der Barrette, ne? Junge! Was los? der direkt im Kumpel auch noch mal irgendwo oder mein Einglotsch gerade so extrem er hätte dieser sieben Kuh und unter dem abdurchtet Aufford er hat mich er Uffat vertreten das war und nur 3 kreuzes und zufrieden abwarten da ich bin erst bei der PC mal ich hab hier gar nicht hat doch geklappt jetzt wird die spaß mag ich auch überhaupt nicht die einzige schott kann dich eigentlich mag auf ist die usa ja genau die usa ist die usa finde ich voll geil dieser war die hat auch eine rage wie sonst was alter ja ist ja das geile daran das ist glaube ich die einzige schott kann die richtig gebaft wurde ja weil mich es gibt endlich auch keinen wirklichen sinn die dings zu benutzen die 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 spaß weil die usa ist glaube ich von der stärke genau so stark wie die spaß aber automatisch weil ich die spaß auf gold hatte die spaß auf gold sieht so geil aus ich glaube bin ich auf der letzten waffe tatsächlich pp ne p99 wie heißt denn diese scheiß waffe p99 oder so ja weil es ja die heute damit der striker reißigt gar nichts ja ich auch ich hänge bei der striker fest lauf doch nicht weg mann ich brauche doch nur ein kill ja jetzt auf einmal hinter mir mann jetzt hab ich die barrett ich krieg keinen kipp dieser scheiß pistole ne oh sorry kata kata bleibt liegen ich liebe dich er liebt dich nicht oh nein ich wette der macht vorher ein kill mit der pistole ja ich brauche nur ein scheiß kill mit dieser verfickten pistol ne ich hab ja wieder die barrett ne die s a s a s s satan ss was ja endlich alter diese scheiß pistole ist so der größte abfuckte menschheit oder in der kummer wie bald jund bin ey ja genau kata macht dir gemütlich ich lieb dich der ist gar von aufgesprungen alter der vollschüsse kriegt da wollte ich gerade töten oder so naja katzen schlafen ja so gut wie nie richtig die machen ja meistens nur so nimmst und wenn die wirklich im vollschlaf sind dann werden die von erschreckt wenn irgendwas macht ich weiß katzen sind irgendwie komisch die katzen ich habe ich habe einen lauf lassen wir alles oder nichts spielen ich habe noch nie gespielt ich glaube ich werde so abpacken alles oder nichts aber das zwar kacke aber ja ich habe es noch nie gespielt ich will wenig mal ausprobieren und dann sagen es ist kacke sowie sinnlos ja cod ist sinnlos videospiele sind sinnlos dein leben ist